Das ist ein Scherz, ne? Nein. Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja, klar meine ich das ernst. Ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Moment, Moment. 900. Ich glaube, ich habe dir drei Stunden berechnet, habe aber vier Stunden dran gesessen, um ganz ehrlich zu sein. Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte. Also gut. Wer ist es? Kenne ich sie? Wer ist die Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sag dir das was? Weißt du, ich war verrückt nach dir. Und ich wollte ich gern mit dir schlafen. Irgendwann mal, aber nicht gerade mit 15. Und als du dann Schluss gemacht hast, weil du hast mit mir Schluss gemacht, weil ich ja angeblich zu verklemmt war, da habe ich geweint und ich habe dich gehasst. Und als mich dieser Schleimscheiße dann angemacht hat, da war ich einfach zu fertig, um ihn anzuweisen. Es war keine Vergewaltigung, weil ich sagte, okay. Aber es war nah dran. Ich hatte bis nach der Uni kein einziges Mal Sex, was mir so zuwider. Undzirat. Ich hatte ich noch eine Red인지 nicht. Ich hatte das keine Probleme. Wenn ich nicht in den nächsten Mal schnau. Ich bin mir der Lange. Ich hatte die Votant. Ich bin ein Volk. Ich bin der das wieder in der Lange. Da bin ich ober. ich bin in der Lange. Ich bin bei mir. Ich bin bei dir, wenn ich mich veranomme, ich bin ein anderes. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020